Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um die Neuigkeiten über die neue Version Linux Cinnamon 18.1 Serena. Ja, so heißt die neue Linux Mint Version und ich werde euch heute wie gewohnt alle Neuerungen zeigen, die man in der Cinnamon Version findet. Am Anfang haben wir einmal ein paar grundlegende Infos und zwar einmal, dass die Cinnamon Version 3.2 in der 18.1 läuft, der MDM, also Mint Display Manager 2.0, den Linux Kernel 4.4 und Ubuntu Version 16.04. Updates wird es bis 2021 geben. Das jetzt erstmal zuvor zu den Neuerungen oder zu den allgemeinen Informationen. Dann würde ich doch mal sagen, fangen wir doch gleich mal an. Ihr seht, ich habe hier doch ein bisschen schon mal was vorbereitet. Wir haben hier erstmal wunderbare, recht hübsche Hintergrundbilder. Ich finde die irgendwie immer hübsch. Schaut euch diesen Filter an. Hier, das sieht doch unglaublich aus hier mit den Sonnenstrahlen, die da auf die Berge treffen. Ich finde alleine deswegen kann man sich trotzdem mal die neue Linux Mint Version holen. Auf jeden Fall könnt ihr die natürlich wie immer kostenlos von der Linux Mint Seite runterladen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir an. Und ich würde sagen, wir gehen einfach alles mal systematisch durch. Und genau. Dann kommen wir zu unserer ersten Information. Und zwar der Bildschirmschoner, den wir erreichen können, wenn wir hier unseren Bildschirm sperren. Der wurde ein bisschen erneuert. Und zwar wurde er komplett neu programmiert. Es gab keine Performance oder es gibt nun keine Performance Probleme mehr. Und die Diashows sollten nun auch besser laufen. Wir sehen, wir haben hier eine rumspringende Uhr. Eigentlich ganz süß. Und auch Diashows, wie wir hier gerade im Hintergrund sehen, werden dann auch gleich aktualisiert. Das heißt, das Hintergrundbild wird mit aktualisiert. Das war ja zuvor nicht der Fall. Genau. Dann gibt es hier oben, also wenn ich jetzt die Maus bewege, hier links oben dann auch nochmal eine Batterieanzeige für Laptops. Ich bin hier leider an keinem Laptop. Schade eigentlich. Dann kann man noch Musik abspielen. Das werde ich euch mal gleich zeigen. So, ich habe hier nun eine schöne Musik. Hydra 3D von Dead Adam, falls das jemandem was sagt. Ist jetzt auch erstmal komplett egal, wie das ist. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Okay, wir sehen hier auf jeden Fall, wir haben hier unseren Musikplayer. Das funktioniert doch alles. Wenn wir nun unseren Bildschirm sperren, können wir hier machen. Wir brauchen keine Nachricht. Perfekt, super. Wenn ich jetzt hier einmal die Mausteige bewege, sehen wir hier, wir haben hier schöne Musik. So, und hier oben, hier oben können wir dann auch gleich weitere Musik oder ganz einfach unseren Musikplayer bedienen. Ich kann das zum Beispiel hier pausieren. Wenn ich eine Playlist hätte, könnte ich hier auch noch weiter drücken. Das wäre alles kein Problem und finde ich ganz cool. Lautstärke kann man hier auch regeln. Na, brauchen wir jetzt hier aber gerade gar nicht mehr. Genau, und sonst wäre es das eigentlich auch schon fast zum Bildschirmschoner. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu unserem Teil mit Cinnamon 3.2. Und zwar, wir haben ja schon erfolgreich gesehen, dass die Hintergrundbilder nun mittlerweile auch eine schöne Animation beim Wechseln haben. Haben wir ja schon gesehen und mal wieder ein richtig schönes Hintergrundbild. Und außerdem haben wir Buttons, also diese ganzen Buttons sollen nun im Menü animiert werden. Bei mir ist jetzt erstmal gar nicht viel zu sehen, aber wir sehen auf jeden Fall, hier hat sich das Menü perfekt angepasst. Und außerdem, wenn wir jetzt dort irgendwelche Sachen öffnen, finde ich, sieht das viel, viel besser aus, weil es da gar keine Ränder mehr gibt. Und das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, wenn wir jetzt hier das Ganze nochmal öffnen. Ich finde, das sieht ein bisschen moderner aus und ich finde, das kann Cinnamon sehr, sehr gut vertragen und kann das wirklich nur weiterempfehlen. Ja, wenn wir jetzt auf unsere Klang-Einstellungen gehen, die sehen wir hier unten, nein, falsch, die haben wir hier. Können wir dann ganz einfach drauf gehen und auf Klang-Effekte gehen. Ja, ich maximiere das Ganze mal und wir sehen hier unten Benachrichtigungen anzeigen. Nun wird hier auch ein Sound abgespielt, standarmäßig ist das ausgestellt. Wird so ein sogenannt, ja, einfach ein Sound abgespielt. Ihr hört ihn gerade. Ja, ich persönlich kann gerade dazu gar nichts sagen, weil ich ihn noch nie gehört habe. Ich will jetzt aber gerade nicht meine Anlage aufdrehen. Deshalb, ihr hört ihn gerade die ganze Zeit und der wird nun auch mit einer Benachrichtigung, die hier oben angezeigt wird, auch abgespielt. Kann man natürlich ausstellen, wenn man will. Genau. Und dann hätten wir das. Ja, außerdem wurde halt die Einpassung insgesamt der Applets halt auch bearbeitet. Denn wir hatten, oder ich hatte früher auch immer das Problem, dass hier zwischen den Applets oder zwischen den Icons manchmal ein paar Lücken waren. Und das haben die nun komplett neu programmiert und komplett neu animiert und neu aufgesetzt. Damit kommt auch diese Veränderung mit dem Menü hier oder mit der Anordnung vom Menü ins Spiel. Ist eigentlich ganz schön. Ja, nochmal eine kleine technische Informerande. Cinnamon wurde auch ein bisschen für mobile Geräte weiter angepasst. Und zwar soll es nun neue verbesserte Touchpad-Treiber geben und außerdem sollen Bewegungssensoren unterstützt werden. Das heißt, wenn wir jetzt unser Handy haben und das jetzt mal quer nehmen, dreht sich zum Beispiel YouTube ja auch quer die App. Und genau das gleiche soll nun mit dem Cinnamon Desktop geschehen. Wenn man sozusagen sein mobiles Gerät quer nimmt oder hochkant nimmt, soll sich der Desktop dann auch noch so drehen. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Aber ich persönlich finde immer noch nicht, dass Cinnamon ansatzweise für mobile Geräte geeignet ist. Weil zum Teil die Buttons viel, viel, viel zu klein sind. Ja, das wäre es dazu. Nun kommen wir aber auch zu einem neuen Feature, was jetzt eigentlich viele, viele andere Arbeitsflächen schon Jahre zuvor hatten. Und zwar zu der vertikalen Leiste. Also wir haben hier unsere Leiste oder unsere Applet-Leiste hier unten. Und die können wir jetzt auch in eine vertikale Anordnung, ich sag mal, stellen. Und dann können wir hier ganz einfach auf, wenn wir hier mal Leiste verändern gehen und dann Leiste verschieben drücken. Dann können wir hier nun auch den linken und den rechten Rand wählen. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt nehme, haben wir hier auch unsere schöne Leiste, sag ich jetzt mal. Ja, die Applet sehen jetzt alle ein bisschen anders aus. Zum Beispiel die Uhrzeit sieht ganz witzig aus. Oder das Menü oben wird auch nicht mehr so richtig angezeigt. Oder das, ähm, der Schriftzugmenü. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein ganz nettes Feature, falls man das haben will. Ihr könnt das hier mit Rechtsklick auf Leiste verändern wieder nach unten schieben. Genau, ähm, nur mal so am Rande, haben sie jetzt endlich hinzugefügt. Ähm, die Applets müssen dazu aber auch noch, ähm, ich sag mal, verbessert werden. Oder dann halt auch geupdatet werden, dass sie auch unter einer vertikalen Leiste komplett fehlerfrei laufen. Das funktioniert leider nicht ohne irgendwelche Anpassungen durch den Entwickler. Und genau, dann hätten wir auch schon die vertikalen Leisten. Nun, wenn, jetzt kommen wir eigentlich schon fast zu kleineren Änderungen. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Fenster offen habe. Ich hab das eine hier. Ich hab hier ganz viel geschrieben. Da, 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 da. Warte mal, ich mach jetzt einfach mal hier. Ähm, ja gut, ist mir egal. Auf jeden Fall, wir haben hier ein paar Fenster, ja. Und wir kennen ja dieses Icon da unten. Na, und wenn wir da jetzt einfach nur mal drüber fahren, wird uns automatisch vorgeschlagen, dass wir die Arbeitsfläche anzeigen lassen. Ich habe noch nichts gedrückt. Wenn ich wieder weggehe mit der Maus, wird das Ganze wieder, ähm, ich sag mal sichtbar. Gehe ich hin, wird's nicht mehr sichtbar. Ich kann natürlich dann auch gleich die Maustaste drücken. Und dann bleibt das natürlich auch für immer weg. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ist so ein kleines nettes Feature. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt weltbewegend. So, dann hätten wir das jetzt mit der Arbeitsfläche Anzeigen erklärt. Und nun kämen wir dazu, wenn wir jetzt nun unseren neuen Musikplayer öffnen. Das ist jetzt ab dieser Version Rhythmbox. Äh, wurde gar nicht angekündigt. Ist mir nur eben gerade aufgefallen. Also heißt, wenn wir hier ganz einfach unser Programm starten. Nur ganz kurz zur Info. Clementine habe ich, ähm, daneben installiert. Und jedenfalls, wenn wir hier Rhythmbox haben, sehen wir hier ja, okay, gut, wir haben ja unseren einen Musikplayer. Naja, wenn ich jetzt aber noch Clementine dazu öffne. Also den anderen Musikplayer. Wenn man jetzt zwei unterschiedliche Musikplayer hat. Zum Beispiel Spotify und, ähm, Clementine zum Beispiel. So nutze ich es auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier mal Clementine öffnen darf. Ja, haben wir Clementine. Und dann, wenn wir jetzt hier auf das Applet klicken, können wir hier unsere Wiedergabesteuerung auswählen. Das heißt, wir können entweder Rhythmbox oder Clementine auswählen. Wo wir dann echt schön und knapp da hinkommen zu unserem Musikplayer, den wir wollen. Das gab es zuvor nicht. Zuvor konnte man immer nur einen Musikplayer auswählen. Ist eine, echt eine schöne Funktion für Leute, die mehrere Musikplayer auf ihrem Rechner haben. Und manchmal gleichzeitig irgendwie offen haben. Äh, ist bei mir zum Beispiel immer der Fall gewesen. Somit ist das eigentlich eine relativ tolle und nützliche, ähm, ich sag mal, Funktion. Wenn wir jetzt erstmal wieder alle Programme schließen, die brauchen wir nicht mehr. Und unsere, ähm, Rhythm-Aus jetzt mal loslassen. Können wir nun das Applet-Menü, also unsere, nein, sorry, nicht das Applet-Menü, sondern das Anwendungsmenü, auf jeden Fall, ähm, wenn ihr die Windows-Taste drückt, öffnet sich das Menü. Und jetzt könnt ihr das Menü komplett mit der Tastatur bedienen. Ihr könnt die Falltasten hier wählen und könnt auch verschiedene andere, ähm, Rubriken wählen hier. Das funktioniert alles super. Ähm, ist eine ganz schöne Funktion und trotzdem könnt ihr noch Buchstaben eingeben oder irgendwelche Sachen eingeben und dann immer noch rumnavigieren. Das ist mittlerweile gar kein Problem. Zum Beispiel, wenn ich das lieber Office öffnen will, ähm, kann ich das zum Beispiel machen. Oder dann halt auch hier wieder rumnavigieren. Und das Ganze ohne Maus. Ist eigentlich ein recht praktisches Feature oder einfach eine, ähm, eigentlich eine essentielle Funktion, die bis jetzt noch gefehlt hat oder nicht einwandfrei funktioniert hat, die wurde jetzt hinzugefügt. Da freuen wir uns doch alle. Wenn wir jetzt einmal irgendein Problem haben und unsere Hardware-Informationen, äh, irgendwie veröffentlichen wollen, dass die Entwickler oder, ähm, die Leute, bei denen ihr Hilfe sucht, besser über euren PC wissen, was da für Hardware-Teile eingebaut sind und überhaupt wie denn euer PC von innen aussieht sozusagen, könnt ihr ganz einfach eure Systeminformationen aufrufen. Und hier gibt es jetzt einen Button, Systeminformationen hochladen. Dort klicken wir einmal drauf. Das dauert ein bisschen. Da Firefox sollte sich öffnen. Das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt GitHub hier geöffnet haben, wurde das schon automatisch hochgeladen und man kann nun gleich den Link, ähm, in das Forum einfügen und man sieht hier einfach, oder die, ähm, Entwickler sehen dann einfach genau euren Computer. Jetzt keine vertraulichen Informationen, also alles komplett anonym und es wird wirklich nur angezeigt, ähm, irgendwelche bestimmte Hardware-Teile oder System-Sachen, wie denn das Ganze aussieht. Ich finde das eine wirklich richtig, richtig gute Ergänzung und ich finde, die hat schon lange gefehlt oder gibt es in anderen Betriebssystemen gar nicht und ich finde deshalb, ähm, ich muss sagen, das ist Linux Mint. Die, muss ich sagen, schauen halt wirklich auf die Benutzerfreundlichkeit und ich finde, das ist mal wieder ein super, duper, huper Projekt geworden. Ich finde es wirklich super, ähm, und hilft vielleicht dem einen oder anderen aus der Patsche. Auf jeden Fall, falls ihr mir jetzt ab jetzt irgendeinen Bug, ähm, nennen wollt und ihr benutzt die Version 18.1 oder höher, dann sendet mir bitte mal so einen Link von eurem System oder wo das Ganze eingetragen ist. Das ist viel, 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 viel einfacher für uns, das Ganze zu verstehen und dann auch mal reinzuschauen. Ähm, und euch erspart das natürlich auch Arbeit. Dann kommen wir jetzt zu einer anderen, ähm, Neuerung. Wenn wir jetzt unseren Dateimanager öffnen, den haben wir hier und in unsere Einstellungen gehen, das heißt bearbeiten, Einstellungen. Wenn wir jetzt auf Verhalten navigieren, das haben wir hier, und unter dem Punkt Verhalten den letzten Punkt auswählen, auf einen leeren Bereich doppelklicken, um zum übergeordneten Ordner zu gehen. Wenn wir das aktivieren und schließen und jetzt einfach auf die freie Fläche doppelklicken, äh, werden wir einen Ordner nach oben navigieren. Ich finde das so eine praktische Sache und wir sind im Nu, also wenn wir jetzt hier in irgendein Dateisystem reingehen, zum Beispiel einfach mal User, dann gehen wir mal Games rein. Okay, gut, da ist jetzt nicht viel, aber wir gehen jetzt mal in Share rein. Gehen wir jetzt hier in APT, in Plugins und so weiter und in PyCache. Dann können wir hier einfach doppelklicken und wir gehen immer einen Ordner aufwärts und ich finde das eine wirklich praktische und sinnvolle Funktion, die ich persönlich auf meinem System dann auch erneuern werde oder nein, gleich einführen werde und finde ich eine richtig schöne Option. Und damit merken wir wieder, dass wir wirklich Linux mitnutzen und ich persönlich bin von dem Betriebssystem immer noch hin und weg. Nun kommen wir zu unserem Texteditor. Das ist ja der XED seit der, oder XED seit der, ähm, neuen Linux mit 18 Version. Die haben wir hier. Und wenn wir jetzt ganz einfach STRG F oder unsere Suchleiste öffnen, hat sich ja immer früher ein Fenster geöffnet. Nun hat das hier unten auch eine wunderbare, schöne Suchleiste gefunden und wir können nach verschiedenen Wörtern suchen, ähm, wenn wir jetzt hier natürlich was eingetragen haben. Wenn ich zum Beispiel Hallo Welt eintrage und ich jetzt nach Welt suche, sehen wir hier, wunderbar, wird das hier gleich angezeigt. Eine richtig schöne Funktion. Wenn wir das Ganze nun geschlossen haben und ich den, ähm, XED als Administrator ausführe, das geht mit gk-sudo-xed, dann geben wir unser Passwort ein und hier sehen wir jetzt auch wie bei unserem Nemo, ähm, den Balken erhöhte Berechtigungen. Das heißt einfach die Warnung, dass wir gerade als Administrator unterwegs sind unter diesem, ähm, Texteditor. Wenn wir den ganz normalen Texteditor daneben öffnen, ähm, sehen wir diesen Balken nicht. Wenn wir das jetzt hier mal wieder minimieren, sehen wir, okay, sehen wir hier ganz, ganz deutlich, was jetzt unser, unser Administrator ist und wo nicht. Das ist eine schöne Funktion, die man ja schon beim Nemo kennt und die wurde jetzt bei XED oder XED gleich hinzugefügt. Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt. Und zwar, wenn wir hier auf die Aktualisierungsverwaltung klicken hier unten oder die ganz einfach öffnen und ganz einfach auf, ähm, Anzeigen, Sichtbare Spalten, Herkunft wählen, können wir nun auch sehen, aus welcher Paketquelle oder aus welchem Repository das einzelne Paket stammt. Somit könnt ihr ganz einfach abchecken, aus welchem, wenn ihr mehrere Repositories habt, ob das jetzt ein offizielles Repository wie zum Beispiel Linux Mint oder Ubuntu ist oder irgendeinem anderen, was vielleicht nicht ganz so vertraulich nach eurer Meinung ist. Stammmäßig sind natürlich nur Ubuntu und Linux Mint aktiviert, braucht also keine Angst haben. Auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz, ich finde auch sinnvolle Erweiterung für unsere Aktualisierungsverwaltung, weil man dann ganz einfach die Quelle suchen kann und, äh, oder Quelle herausfinden kann von dem einzelnen Paket und ich glaube, das ist zum Teil auch wirklich nützlich. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt jetzt alle Neuerungen gleich mal schön ausprobiert. Ähm, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt und sonst würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Linux Mint 18.1 Version und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Vielen Dank.